Was machen wir jetzt? Bei so einem Wetter können wir nicht in den Park gehen. Es ist regnerisch und windig. Ja, ja, ich weiß. Aber gegen Mittag soll es aufhören zu regnen. Naja, ich sehe nur Wolken am Himmel. Keine Panik. Heute Mittag scheint bestimmt wieder die Sonne. Na gut. Vielleicht hast du recht. Bis später. Tschüss. Repite. Was machen wir jetzt? Bei so einem Wetter können wir nicht in den Park gehen. Es ist regnerisch und windig. Ja, ja, ich weiß. Aber gegen Mittag soll es aufhören zu regnen. Na ja, ich sehe nur Wolken am Himmel. Keine Panik. Heute Mittag scheint bestimmt wieder die Sonne. Na gut. Vielleicht hast du recht. Bis später. Tschüss.